An einem gemütlichen Abend haben meine Frau und ich uns Gedanken über das Alter gemacht und festgestellt, dass Kreativität kein Alter kennt. Also haben wir beschlossen, zusammen mit Senioren etwas mehr Farbe ins Leben zu bringen. An einem schönen Ort im Schwarzwald fanden wir eine Seniorentagespflege und wir begannen, mit den dort anwesenden Gästen zu malen. Wir haben uns für unsere Maltreffs jeweils ein bestimmtes Thema vorgenommen und wollten Ende Januar den kommenden Frühling mit Tulpen begrüßen. Die Ausmalbilder wurden mit Farb- und Wachsmalstiften ausgemalt. Kater Pick wacht aufmerksam über das Geschehen. Beim zweiten Maltreff haben wir uns mit Bäumen beschäftigt. Die Farbe wurde mit kleinen Schwämmen aufgetupft. Zum Schutz unserer Kleidung haben wir uns aus blauen Mülltüten wunderschöne Überzieher gebastelt. Der dritte Maltreff fand zur Faschingszeit statt. Mit Farb- und Filzstiften haben wir schöne Faschingsmasken und Prinzessinnen ausgemalt. Alle haben mit viel Freude sehr schöne Bilder gemalt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es geht um Ratschingsmasken um Ratschingsmasken. Bis zum nächsten Mal. Wenn Menschen singen, die Deutschen bienkeitschen, bis zum nächsten Mal. T Посch castle in der Faschingsmasken, Juschen in der Zeit für Autos, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.